Hallo zusammen, ich war jetzt für zehn Tage hier in Damagiri, dem Mekka der Vipassana Meditation. Einfach mal zehn Tage in die Stille gehen, zur Ruhe kommen, innehalten, nach innen schauen. Für mich war das einmal mehr eine wunderbare Erfahrung. Ich bin einer, der an die eigenen Kräfte glaubt und an die Kräfte der anderen. Hier ist ein Ort, wo sie dich anspornen, nach den eigenen Reserven zu fanden. Dieses gewaltige Potenzial, dieses Reservoir an Fähigkeiten, an Möglichkeiten in dir zu finden. Ja, und eins ist für mich klar, ich muss nicht für zehn Tage meditieren, wie ein Mönch in einer Zelle, still sitzen. Nur schon ein halber Tag in der Natur in die Stille gehen oder ein paar Stunden, wirkt wahre Wunder. In diesem Sinne, smile, relax and be happy.